Ja moin, was geht? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und schön euch hier wiederzusehen. Was eine mega spannende Woche. Habt ihr vielleicht mitbekommen? Bei Canon Rumors, also der Canon Rumors Seite, wurden jetzt neue Daten zum Nachfolger der Canon EOS R beziehungsweise 5D Mark IV halt geteasert und zwar heißt die jetzt Canon EOS R5 und ich werde euch einmal die Specs, die so rausgegeben wurden, die wahrscheinlich zutreffen, mal einmal mit euch durchgehen, also die einmal für euch quasi vorlesen, auf Deutsch und euch danach meine Einschätzung dazu sagen, ob ich denke, dass das so zutreffen wird oder nicht und welche spannenden Sachen vielleicht noch nicht geteasert werden und was das, was die Kamera eventuell kosten könnte. Wenn euch das interessiert, bleibt einfach dran und dann fangen wir uns einfach mal an. Also, Name EOS R5, habe ich ja schon gesagt, es war jetzt immer EOS R2 oder wie auch immer, jetzt heißt sie EOS R5 voraussichtlich und soll einen 45 Megapixel Sensor haben. Dazu Image stabilisiert, also Bild stabilisiert und zwar fünffach halt in der Kamera drin, so wie bei Sony oder sowas und sieben bis acht Blendenstufen dann Bild stabilisiert, wenn man den optischen Stabilisierer der Objektive, die das unterstützt, mit dazu nimmt. Dann soll sie mit zwölf Bildern pro Sekunde Fotos machen, mechanisch und elektronisch, das heißt über den Live View dann halt 20 Bilder pro Sekunde. Sie soll zwei Steckplatten, zwei Steckkartenplätze haben, fast ein schwieriges Wort. Genau, die EOS R, die hat ja nur ein, die 5D Mark IV hat zwei und viele mehr bei der EOS R beklappt, dass es nur einen Steckplatz gibt und jetzt sollen wohl angeblich zwei Steckplätze verbaut sein. Dann hinten ein Scroll Reel, ich weiß nicht. Also sowas quasi, das Problem war ja mit der EOS R, die es ja jetzt gibt, die hat sonst Scrollrad nicht und ich hatte auch schon eine in der Hand und so schnell mal Bilder durch zu scrollen, ist halt unheimlich doof und ich mache das halt immer so, zack, 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 sieht man jedes Bild, geht halt recht einfach und recht schnell und das funktioniert mit der EOS R nicht. So, dazu soll dann auch noch die Touch Bar es nicht mehr geben. Also die EOS R hat ja hier oben diese Touch Bar, die eigentlich gar nicht so doof gedacht war, aber in der Umsetzung irgendwie nicht so hundertprozentig fertig durchdacht, sagen wir mal so. Also es gibt einige, die das Ding sehr gern nutzen, zum Beispiel Videografen für den Weißabgleich manuell, halt mit 100 Kelvin nach links oder rechts, dann immer hoch und runter. Das kann man eventuell machen, aber das Problem ist, man kommt da sehr leicht drauf und dann löst man das versehentlich mal aus, wenn man es nicht will und es ist halt nicht ganz so praktisch irgendwie umgesetzt. War ja aber auch die erste Spiegellose von Canon und die wollte jetzt mal probieren, was so geht. Weg mit dem schweren Ding. Ja, dann ganz normal wieder so ein Live-View, wie das auch bei diesen Kameras jetzt immer der Fall war. Die Batterie soll genauso wie die aktuelle gebaut sein, die LPE6, also diese, die hier auch drin sind, diese kleinen, die soll genauso groß sein, aber mehr Speicherkapazität haben. Und dann haben wir noch die sehr spannenden Videoaufnahmemöglichkeiten. Und zwar soll sie zum einen 8K in 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen können, 4K in 120, 4K in 60. Sie soll Wi-Fi integriert haben und zwar mit 5 Gigahertz. Ja, hier steht ja nochmal, was von der Batterie hatten wir ja schon. Die soll im Juli 2020 voraussichtlich ausgeliefert werden und voraussichtlich am 13. Februar vorgestellt werden. Das ist das, was jetzt hier steht. Ich halte davon vieles für wahrscheinlich, aber einiges für nicht wahrscheinlich. Und es gibt viele Sachen, wo ich sage, die müsste man vielleicht vorher noch wissen. Und genau zu diesen Sachen kommen wir nämlich jetzt. Also, Name R5 würde ich sagen, ja, könnte gut hinkommen. Jetzt 25 Megapixel. Das ist schwierig. Wenn man sich jetzt die 1DX Mark II anguckt, die hat ja genauso viele Megapixel wie der Vorgänger. Aber weil die Sensoren immer besser werden, ist sie halt im Lowlight, also in dunklen Bereichen, raussteht weniger. Und ist quasi, kann bei doppeltem ISO-Wert ungefähr genauso cleane Bilder liefern wie der Vorgänger beim halb so großen ISO-Wert. Also jetzt ist halt, was ist denn das, 12.800, ist womit der 1DX Mark III noch echt gut mit Fotos machen. Und bei der 1DX Mark II waren es halt 6.400. Und das ist immer so, je mehr Megapixel auf den Sensor kommen, desto kleiner ist ja der einzelne Pixel quasi auf den Sensor und desto weniger Licht kann er absorbieren. Und desto schlechter ist halt auch die Lowlight-Performance. So, das ist immer der Punkt. Also mehr Megapixel, gleiche Sensorgröße ist negativ fürs Rauschverhalten in den dunklen Bereichen und dafür, wie sie halt im Dunkeln fotografiert. So, wenn jetzt hier ein 45 Megapixel-Sensor drin ist, dann sind das 50% mehr als beim Vorgänger. Das ist halt echt viel. Und dann würde wahrscheinlich das ISO-Verhalten, das Rauschurhalten nicht wirklich besser werden. Und Canon ist eigentlich so, dass sie in allen Bereichen immer so ein bisschen verbessern. Und eigentlich stelle ich mir vor, dass die 5D Mark IV oder halt die EOS R5 in dem Fall halt eine bessere Lowlight-Performance hat. Deswegen finde ich 45 ganz schön doll. So, wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass die Kamera 8K-Videos aufnehmen kann, dann sind 45 Megapixel sehr wahrscheinlich und einfach auch nur rechnerisch. Also wenn ihr mal guckt, ich bin ja gerade bei Wikipedia, 8K hat eine Breite von 8192. So, wenn ihr jetzt mal in den Taschenrechner eingibt hier, 8192. Und die Kameras, die haben ja mal einen Sensor von 3 zu 2, also ja, Videos 16 zu 9, aber ist immer noch ein bisschen höher. Und ihr teilt das jetzt halt Breite durch 3 mal 2, dann kommt ihr auf eine Höhe von 5461. Und wenn ihr das jetzt mit den 8192 multipliziert, dann kommt ihr auf 44.739.000 und so weiter. Das heißt, wenn die Kamera also 8K-Video aufnehmen können soll, dann muss sie 45 Megapixel haben, wenn das nach wie vor 3 zu 2 Bilder sein sollen. Also es geht gar nicht anders. Also ist jetzt meine Vermutung, dass die Kamera vielleicht wirklich 45 Megapixel hat, weil ich auch die 8K für wahrscheinlich finde, kommen wir aber gleich zu. Inwiefern wahrscheinlich. Und ich einfach davon ausgehe, dass es vielleicht für den Fotomodus entweder eine geringere Megapixelanzahl gibt, sowas, dass man auch vielleicht 30 oder beziehungsweise so 36 oder sowas vielleicht einstellen kann. Oder es halt diese neuen, besser komprimierten RAW-Fotos gibt. Also es gibt ja keine RAW und es gibt ja die komprimierten keine RAW-Dateien. Dass man vielleicht dann sagt, man hat die komprimierten. Wahnsinn sind die Bilder ja nachher auch so riesig und nicht alle Fotografen möchten diese riesen Fotos haben. Zumal der zweite Nachteil ist, wenn ein Sensor so groß ist und besser auflöst, das habt ihr auch bei der 5DSR, dann werdet ihr feststellen, dass die Bilder unschärfer werden. Also je mehr Megapixel ihr habt, desto größer fallen halt ganz, ganz leichte Verwackelung schon auf. Also dann ist wirklich mit dem Stativ sehr genau und sehr zielgenau, dann geht es auch. Aber leichte Verwackelung fallen halt viel mehr auf. Und es ist auch so, dass die Objektive dann viel mehr ins Gewicht fallen. Also wenn ihr jetzt schon eine 5D Mark IV oder sowas habt oder auch die 6D Mark II, die ich jetzt habe, und ihr schließt da ein altes Objektiv ran, dann werdet ihr feststellen, dass die Bilder auch nicht mehr so richtig scharf sind, weil die einfach nicht für knapp 30 Megapixel ausgelegt sind. Also die Objektive müssen dann auch richtig, richtig gut sein, damit ihr auch von den 45 Megapixeln richtig scharfe Bilder bekommt. Das mal so am Rande. Ja, IBIS, also Bild-Image-Stabilisierung in der Kamera. Halte ich für unwahrscheinlich. Gibt es bisher nicht so richtig. Es gibt das in der EOS Air, es gibt das auch in der C500 Mark II, aber das ist alles quasi digital. Also eine digitale Image-Stabilisierung, das quasi wie beim Handy, wenn ihr stabilisiert, ein bisschen reingekropft wird. Es ist aber so, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, dass bei der C500 Mark II das so ein intelligenter Algorithmus ist. Ihr könnt das bei einigen Videos sehen, wenn ihr mal auf Potato Joe oder seinen zweiten Kanal geht. Nee, er hat das bei Potato Joe veröffentlicht. Da hat er jetzt die C500 Mark II mitgehabt in Thailand und hat festgestellt, dass die Bild-Stabilisierung gut funktioniert und die ist auch klug. Aber das heißt, sie geht mit den Objekten mit. Also sie kommt nicht einfach nur rein, sondern sie geht mit den Objekten mit. Also sowas könnte hier drin sein, das könnte ich mir vorstellen, aber dass das wirklich rein mechanisch ist, halte ich für unwahrscheinlich. Weil in der C500 Mark II ist es nicht drin, was aktuell neben der C700 das Flaggschiff ist von Canon, was Cinema-Kameras betrifft. In der 1DX Mark III ist es auch nicht drin, die ja meistens noch ein klein bisschen mehr hat, als die 5D Mark IV jetzt vorher hatte. Also wird es auch hier wahrscheinlich so sein, halte ich also für unwahrscheinlich. Wie gesagt, so digital wie in der EOS Air, bloß ein bisschen besser mit so Bildanalyse, das kann ich mir gut vorstellen. So, 12 Bilder pro Sekunde mechanisch und 12 elektronisch über den Sucher halte ich für wahrscheinlich, weil einfach 12 für die Mechanik ist jetzt nicht so extrem. Das kriegt Canon umgesetzt, definitiv. Die 1DX Mark III kann ja, glaube ich, sogar 20 mechanisch oder 16, glaube ich. Und elektronisch ist halt, ja, ist ja wirklich nur über das Bild, über ein Live-View, da halt ist auch für wahrscheinlich. Ist jetzt für eine Spiegelreflex jetzt auch nicht so außergewöhnlich irgendwie. Also das ist definitiv umsetzbar. Zwei Kartenslots halte ich auch für sehr wahrscheinlich, weil sehr viele gemeckert haben über den einen Kartenslot. Ich tippe mal drauf, dass einer ein SD-Kartenslot nach wie vor sein wird, weil SD-Karten einfach mal günstig sind und es überall gibt und das wahrscheinlich für Fotos ausreicht. Und dass es dann auch einen zweiten Kartenslot geben wird, wo dann wahrscheinlich, ich tippe mal, auch wirklich auch CFast Express Karten drin sein können. Oder nur CFast, so wie in der 1DX Mark III oder in der Canon C200, weil man einfach für Videos nachher, für 4K und hohe Frameraten, beziehungsweise auch denn für 8K und so weiter und auch für so viele Bilder pro Sekunde bei so vielen Megapixel einen Speicher braucht, der da irgendwie hinterherkommt. Also wenn ihr jetzt eine langsame Karte habt, dann wird die Kamera, ich weiß nicht, wie viele Bilder sie am Stück macht, dann vielleicht nur 30 Stück oder 40 und dann ist der Buffer voll und dann wird er schreiben. Und bei der 1DX Mark III könnt ihr, weiß ich nicht, 1000 Fotos oder so am Stück machen, bis der Buffer irgendwann vielleicht mal voll ist. Und das liegt einfach daran, dass sie Karten halt so schnell schreiben. Problem ist nur, die CFast Express Karten sind schweineteuer, also richtig, richtig teuer. Wir reden da vom Euro pro Gigabyte oder sogar, glaube ich, 1,50 Euro pro Gigabyte, also die sind richtig teuer. Wenn ihr eine 512 Gigabyte Karte haben wollt, dann legt ihr da auch 500, 600 Euro irgendwie so auf den Tisch, so ungefähr, ich habe das nicht genau im Kopf. Aber die CFast, die ich für meine C200 brauche, die sind schon so bei 512 Gigabyte bei 450 Euro oder so und CFast Express ist halt noch ein klein bisschen teurer. Scrollrad am hinten dran, finde ich halt sehr wahrscheinlich, weil auch da viele gemeckert haben, dass die Touchbar wegkommt, finde ich auch sehr wahrscheinlich. Ihr habt jetzt ja bei der 1DX Mark III so einen Autofokus Joystick, vielleicht kommt sowas mit rein. Weiß ich nicht, könnte ich mir aber vorstellen, weil man ja irgendwie auch die ganzen Autofokuspunkte nachher aussuchen muss und ich denke auch, dass die EOS R5 auch sehr viele Autofokuspunkte haben wird. Wahrscheinlich wie die 1DX Mark III so ähnlich. So, eine Batterie in Größe der LPE 6 mit größerer Akkukapazität kann ich mir vorstellen. So, und dann kommen wir zu den Video Features, da habt ihr schon drauf gewartet. Also, 8K 30, 4K 120 und was war das andere? Ach, 4K 60. Also, 8K 30 halte ich für wahrscheinlich und zwar so umgesetzt, wie man in dieser 6D Mark II mit 4K 30 filmen kann. Und zwar ist das ja nur eine 1080p Kamera, ihr könnt aber Zeitraffer aufnehmen, also Timelapses, und die könnt ihr mit 4K 30 Bilder pro Sekunde aufnehmen und ihr könnt ja nicht einschauen ab 24 oder 50, sondern definitiv nur 30. Und das klappt, das ist auch ein schönes Bild, aber halt nur im Zeitraffer-Modus. Und genau so kann ich mir das auch bei der EOS R5 vorstellen, dass die wirklich 8K kann, wenn sie einen 45 Megapixel-Sensor hat. 8K kann, nämlich den vollen Sensor einfach auslesen, aber halt nur als Zeitraffer-Video, weil, also für ein Video in 8K mit 30 FPS, da braucht man richtig schnelle Karten, also das muss dann so richtig, richtig schnell sein, das hat dann richtig fette Datenraten. Das halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Also, man muss ja auch immer sagen, Kennen möchte auch sein Cinema-Lineup so ein bisschen immer schützen. Verstehe ich persönlich nicht. Ich habe zwei Cinema-Kameras und die habe ich nicht unbedingt wegen der Auflösung, sondern wegen den ganzen anderen Funktionen, wie eingebaute ND-Filter, Waveform-Monitor und was es halt so alles in Zusatzfunktionen gibt, XLR-Anschlüssel und so weiter, weswegen ich eine Cinema-Kamera habe. Und ich denke nicht, dass jetzt Leute, die professionell unterwegs sind und einfach das brauchen mit den ND-Filtern und so weiter, auf eine DSLR wechseln werden, nur weil die bessere Spekt hat. Das halte ich für unwahrscheinlich. Und wenn jetzt Kundenvideos dreht, so wie ich, dann werdet ihr feststellen, dass es eigentlich keinen Kunden gibt, der unbedingt ein 4K-Video braucht. Also, ich gebe meinen Kunden mittlerweile 4K, weil die auch bei YouTube hochladen, haben die bessere Qualität und so. Aber den meisten reicht Full HD halt vollkommen aus, was das betrifft. Insofern ist jetzt in dem Bereich 4K schon sinnvoll, weil wenn man ein bisschen zuschneiden will, dann hat man ein bisschen mehr Fläche und 6K noch sinnvoller. Das braucht man dann, wenn man ordentliches 4K haben will, dann ist 6K sinnvoll, weil man zuschneiden kann. Aber jetzt 8K und das in der DSLR oder beziehungsweise das Spiegellose halte ich für echt unwahrscheinlich. Also Canon muss irgendwie konkurrenzfähig sein, das kann ich verstehen. Was ich mir vorstellen könnte, wäre 5,5K, so wie das die 1TX Mark III hat, aber nicht als RAW, sondern wirklich nur direkt in der Kamera. Halte ich aber auch für unwahrscheinlich, weil das dann ganz schön runtergerechnet werden muss und so. Also das ist glaube ich auch nicht. Ich denke, ihr werdet ein 4K-Bild bekommen, ein sehr scharfes 4K-Bild, weil das 4K vielleicht von 8K runtergerendert wird eventuell. Das würde dann richtig gut aussehen, das ist halt ein schärferes 4K, ähnlich wie das bei Sony ist. Die nehmen ja von 6K-Sensoren, nehmen damit komplett auf und dann wird es auf 4K runtergerendert und dadurch ist halt das Sony 4K schärfer als das Canon 4K. Und anderen haben auch andere Gründe, aber sowas kann ich mir halt irgendwie vorstellen. Aber 8K nur als Timenaps, das finde ich sehr wahrscheinlich. So 4K 120 halte ich auch für unwahrscheinlich, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also die 1DX Mark III hat sie auch nicht. Und die 1DX Mark II hatte 1080p 120 FPS. Die EOS Air hat HD 120 FPS. Was ich mir vorstellen kann, ist Full HD 120 FPS. Das kann ich mir vorstellen. Aber definitiv kein 4K 120 FPS. Also es kann sein, ich kann komplett falsch liegen. Aber sie haben es halt in ihrem Flaggschiff, dem neuen, in der 1DX Mark III halt nicht verbaut. Und auch in der C500 Mark II, das was neu jetzt rauskam, das Flaggschiff da ist, es hat auch nicht drin. Also ich kann mir definitiv kein 4K 120 FPS vorstellen. Halte ich für unwahrscheinlich. So 4K 60 FPS halte ich für wahrscheinlich. Die aktuellen, die konnten alle die letzten 4K 30. Also ich halte es hier für sehr wahrscheinlich, dass 4K 60 mit reinkommt. Wie gesagt, auch wegen konkurrenzfähig und so weiter. Bild in 5GHz, also Wi-Fi 5GHz, ja wieso nicht. Frage ist, ob auch GPS mit drin ist. Weil die 5D Mark IV hat GPS. Die 1DX Mark III hat jetzt auch GPS. Die 6D Mark II, die ich habe, hat auch GPS. Die EOS Air hat kein GPS. Nur per Bluetooth-Kopplung übers Handy, was ich halt unpraktisch finde. Ich reise halt viel und ich gucke auch gerne mal auf der Karte manchmal, wo meine Fotos waren. Weil ich die Orte nicht genau weiß und dann vielleicht die Routen nochmal nachvollziehen möchte, beim Bildern sortieren. Und finde ich GPS halt sehr praktisch. Das wäre schön, wenn es drin wäre. Ja, und dass sie jetzt irgendwie am 13. Februar vorgestellt wird. Ich habe keine Ahnung, wäre cool. Im Juli released. Kann ich mir wiederum vorstellen. Also, dass sie jetzt demnächst vorgestellt wird und released, das kann ich mir definitiv vorstellen. Und so, dann habe ich noch ein paar Sachen, die halt definitiv noch fehlen. Und das eine ist ganz wichtig. Das fehlt mir auch bisher noch bei der 1DX Mark III. Habe ich noch keine Tests zugesehen. Dynamische Reichweite. Ich will mir definitiv eine neue Kamera kaufen, weil meine 6D Mark II, mit der ich die ganzen Fotos jetzt auch für Instagram und so weiter mache, die für mich nicht ausreicht. So mitten am Tage kann ich damit fotografieren, wenn das Licht vernünftig ausgeleuchtet ist. Aber sobald ich ein bisschen harte Kontraste habe oder so. Das heißt, Sonne kommt entgegen und ich mache dann meinetwegen die Blende weit runter, damit es halt dunkel ist und die Sonne vernünftig ist und ich im Nachhinein die Schatten hochziehen möchte, funktioniert halt nicht. Das rauscht nur. Also geht halt nicht. Deswegen neue Kamera. Und die EOS Air wäre aktuell schon so ein Kandidat. Was mich allerdings stört ist, dass der Sensor drin hat von der 5D Mark IV, der ist schon vier Jahre alt ungefähr, weil es dann rauskam, war ja gut. Also richtig gut. Und seitdem kam ja Sony mit vielen neuen Kameras raus. Nikon kam mit besseren Kameras raus. Und jetzt sowohl Sony als auch Nikon als auch mittlerweile Panasonic. und ich glaube auch Fujifilm, haben alle mehr dynamische Reichweite als Canon. Also Canon hat 13 Blendenstufen, glaube ich 13,5 aktuell bei der EOS Air und 5D Mark IV und bei der 1DX Mark II. Und Nikon mit der D850 hat halt 15 Blendenstufen Dynamikumfang und Sony hat 14,9, so die Flaggschiffe. Und Panasonic hat auch irgendwas, glaube ich, bei 14,5 oder so. Da weiß ich es halt nicht ganz genau. Und bei Fujifilm weiß ich es halt auch nicht. Ich weiß bloß, dass die möchte ich sagen, auch was bei 14 oder sowas hat. Also eigentlich haben mittlerweile alle Kamerahersteller mehr Dynamik als Canon das hat. Und das ist der Punkt, wieso ich mir die EOS Air noch nicht gekauft habe, weil mich das einfach stört. Wenn ich jetzt auf Instagram unterwegs bin, ich sehe viele Fotos, viele Landschaftsfotos, Stadtfotos und so weiter von anderen. Und ich muss einfach sagen, dass die Sony Bilder mir von der Dynamik halt besser gefallen. Es ist einfach so, dass es muss jetzt nicht so ein extremes HDR-Bild sein mit diesen heftigen Wolken, das mag ich gar nicht. Aber es geht mir einfach darum, dass man, wenn man irgendwie fotografiert, du hast irgendwie das draußen hell und du hast einen Kontrast. Meinetwegen, das Licht kommt von vorne und du hast eine dunkle City, Skyline davor und Fluss noch davor. Und wenn es dann halt im Foto nachher nur schwarz ist, finde ich das irgendwie halt doof. Und wenn man es halt raufzieht, bei der EOS Air kann man das ja auch machen, da bleibt halt irgendwie nicht so viel übrig, denn Rausch ist halt ganz schön schnell. Das finde ich halt richtig doof. Und das ist so der Punkt, der mir stört, wo ich hoffe, dass sie ansetzen. Und bei der 1DX Mark III, wo ich davon ausgehe, dass sie eine ähnliche Dynamik hat wie die EOS Air 5, weil es auch mit der 1DX Mark II und 5D Mark IV genauso war, gibt es halt noch keinen Test darüber. Ich glaube, das liegt aber daran, dass man die RAWs in Lightroom noch nicht entwickeln kann und alle, die jetzt fotografieren, in JPEG fotografieren. Also sobald es das gibt, dass man das in RAW entwickeln kann, gibt es da dann auch wahrscheinlich die ersten Tests. Und das ist das, wo ich richtig drauf gespannt bin, weil ich einfach, ich mir nicht eine Kamera haben möchte, die da halt nicht so gut ist. Weil man hat doch häufig diese gegentlich Situation, wenn du machst Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, gerade schaut auf Landschaftsfotograf und dann immer zwangsweise mit einem Filter arbeiten zu müssen, ist halt irgendwie auch doof. Und Sony Nutzer oder Nikon D850 Nutzer, die brauchen eigentlich keinen Verlaufsfilter mehr von Horizont, soweit ich das weiß. Weil die Dynamik so groß ist, dass man einfach nachher in Lightroom Filter rüberziehen kann, dann ist man fertig. Das ist so der Punkt, den ich gerne anders hätte. Und da hoffe ich, dass es in der EOS Air 5 halt dazu irgendwann mal Neuigkeiten gibt, oder halt zur 1DX Mark III. Und dann was Video betrifft, es gibt jetzt keine Information, was es da an Videofunktionen noch gibt für Videografen, so wie mich. Ob es zum Beispiel C-Log gibt, gehe ich von aus. Ob es vielleicht auch mal endlich C-Log III in der DSLR gibt, das wäre unheimlich toll. Wage ich aber zu bezweifeln, weil es bei der 1DX Mark III halt auch nicht drin ist. Es gibt ja nur C-Log I. Und sie sich wahrscheinlich C-Log III für die Cinemakameras vorbehalten. Das wäre halt toll, weil C-Log ist schon ziemlich cool, aber C-Log III hat noch wesentlich mehr Dynamik. Also man merkt das echt. Ich habe ja die C-100 Mark II, die hat C-Log, und jetzt diese hier, die hat C-Log III. Und den Unterschied merkt man enorm, gerade wenn man irgendwie filmt und man ist draußen und man hat irgendwie noch den Himmel, der hell ist und so. Bei C-Log brennt das echt häufig noch aus. Bei C-Log III ist es sehr unwahrscheinlich, dass es ausbrennt. Da muss man sich schon wirklich doof anstellen. Oder halt wirklich ganz perverse Lichtverhältnisse haben. Und dann noch der Punkt, der auch nicht steht, wie das mit Videos ist, ob die jetzt 8-Bit sind oder ob die 10-Bit sind, ob die 422 oder 420 aufgenommen sind und was halt der Videoausgang sagt. Also bei der EOS R, da kann man ja über dem HDMI-Ausput noch mehr aufnehmen als in der Kamera. Das finde ich gut. Bei der 6D Mark II, die ich habe, geht das halt nicht. Das ist unpraktisch. Und ich hoffe einfach, dass es bei der EOS R5 vielleicht auch die Möglichkeit gibt, dass man wahrscheinlich intern wieder 8-Bit aufnehmen kann und extern über den Rekorder vielleicht dann 10-Bit aufnehmen kann. Also extern über den Rekorder halt 4K, 60 Bilder in 10-Bit. Und dann halt im ProRes, das halte ich für wahrscheinlich. Vielleicht kann man auch extern RAW aufnehmen. Das ist so ein Punkt, wo ich sage, eventuell vielleicht, weil das ja jetzt Panasonic mit seinen neuen Modellen, mit, wie heißen die, S6 oder so, die können das ja mittlerweile auch, dass sie über HDMI, glaube ich, RAW in sogar 6K ausgeben können. Das ist halt schon ziemlich geil. Intern kann man es dann halt nicht, aber extern, wenn man es halt braucht, kann man so einen Rekorder aufnehmen. Es gibt genug Rekorder und dann, das ist halt richtig geil. Und wenn das jetzt die R5 auch hätte, dass man über den HDMI-Anschluss RAW-Videos aufnehmen könnte, würde ich das geil finden. Bisher gab es das ja immer nicht. Bisher war ja RAW immer den Cinema-Kameras vorbehalten. Aber jetzt kann A, die 1DX Mark III intern RAW, die C200 kann intern RAW, die C500 Mark II kann intern RAW und vorher konnten die Modelle halt immer nur extern RAW. Jetzt können sie alle intern RAW. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass Canon anfängt, die Spiegellosen und so mit vielleicht externen RAW auszustatten. Denn gefährden sie nicht, in Anführungszeichen, ihre Cinema-Kameras, weil es halt einfacher ist, damit das aufzunehmen, wenn man so denkt jetzt wie Canon scheinbar denkt. Und ja, also das wäre cool, halte ich für gar nicht so unwahrscheinlich. Dass es dann allerdings 6K oder sowas ist, glaube ich nicht. Ich denke, das wird dann bei 4K 60fps bleiben. Am Ende vielleicht ein sehr scharfes 4K, wenn es halt von 8K runtergerendert wird. Ja, das sind so meine Eindrücke von dem Ganzen. Ich bin eigentlich ganz schön geflasht, von denen Specs, die da gekommen sind, weil die für mich richtig geil wären. Es hängt jetzt nur noch ein bisschen an Dynamik, die für mich interessant ist, weil als Fotograf brauche ich halt auch eine gewisse Dynamik, die bisher nicht so richtig gegeben ist, zumindest nicht so, wie ich es gerne hätte. Und im Videobereich hat es mir bisher eigentlich auch schon ausgereicht, aber wenn es da noch mehr gibt, ist es noch besser. Weil wenn man jetzt in 4K aufnehmen will, dann ist es schon gut, wenn man 4K auch 60 hat, damit du wirklich komplett das ganze Projekt in 4K aufnehmen kannst. So mache ich das dann mit der C200, einfach 4K und dann ist gut. Die 120 Bilder, die nutze ich gar nicht, weil die nur Full-HD sind. Aber wenn man einfach Kundenvideos hat und so, dass man das ganze Projekt in 4K aufnehmen kann, das wäre schon sinnvoll. Ja, also kurz zusammengefasst, ich denke, sie kann 8K-Video aufnehmen, in Timelapse-Modus nur. Ich denke, sie hat 4K 60. Ich denke, sie hat zwei Kartenslots und 45 Megapixel halte ich auch für sehr wahrscheinlich. Und 20 Bilder pro Sekunde halte ich auch wahrscheinlich. Ein Punkt fehlt jetzt noch, zu dem habe ich nichts gesagt und das ist der Preis. Die 5D Mark IV hat, als sie rauskam, 4.000 Euro gekostet. Die 1DX Mark II hat, als sie rauskam, 5.500 Euro gekostet. Die 1DX Mark III kostet jetzt 6.500 Euro. Kann aber auch intern Raw-Videos aufnehmen. Das ist ja auch so ein Faktor, den er vielleicht teurer macht. Die 5D Mark IV hatte beim Release, ja damals 4.000 gekostet. Ich tippe mal drauf, dass diese jetzt 4.300, 4.400, vielleicht 4.500 kosten wird. Also 5.000 halte ich für unwahrscheinlich, finde ich nicht so dolle, dann wird sie wahrscheinlich keiner mehr kaufen. Aber sowas im Bereich bei Markteinführung so 4.500, 4.300, 4.500, vielleicht auch 4.700 oder so, finde ich schon recht wahrscheinlich, wenn die Kamera das macht, wie es erstmal so aussieht. Und da kann man sich überlegen, ob man sich dann eine EOS Air kauft, die ja nach wie vor nicht verkehrt ist, oder ob man halt das Doppelte dann ausgibt quasi für die EOS Air 5, die dann halt wesentlich mehr kann. Ja, das war es jetzt eigentlich. Also ich würde sie, ich finde sie halt richtig gut. Ich finde auch die EOS Air halt gut, aber auch wegen den Objektiven, weil die halt mega, mega scharf sind. Wenn ihr euch mal Vergleiche anguckt, gleichwertige Objektive, 24-105 EF, 24-105 Air-F, wie viel, wie wirklich viel schärfer das Air-F-Objektiv ist, weil halt EOS Air-Objektive dichter am Sensor dran sind, da kein Spiegel eigentlich dazwischen ist und dadurch ist es dichter am Sensor dran ist, sie halt schärfer sein können. Und das merkt man echt enorm so und deswegen sehe ich auch die EOS Air-Modelle, auch was das betrifft, als die Zukunft, weil wenn du jetzt 45 Megapixel hast, brauchst du scharfe Objektive und die EOS Air-Objektive, die sind halt sehr scharf. Damit würde das gut funktionieren, denke ich. So, nach all diesen spannenden Neuigkeiten hoffe ich, dass ihr genauso geflasht seid, wie ich das bin, weil ich es wirklich mega gut finde und ich sie mir auch dann kaufen werde, wenn sie rauskommt und so gut ist, wie ich denke. Nicht wie es da steht, sondern wie ich denke, das reicht mir schon vollkommen aus. Es würde mir eigentlich auch schon die EOS Air ausreichen mit 60 Bildern bei 4K und 15 Blendenstufen Dynamik würde auch schon ausreichen. Also ich brauche nicht unbedingt 8K Timelapse oder so. Würdet ihr euch die Kamera für dieses Geld kaufen? Also nehmen wir mal an, die kostet 4.500 Euro. Würdet euch die EOS Air 5 für das Geld kaufen? Oder halt nicht? Weil im Vergleich ist doch Sony echt günstiger, muss man sagen. Panasonic ist auch günstiger, soweit ich das weiß. Canon ist halt einfach teuer. Ich meine, in letzter Zeit, im letzten Winter war Canon recht günstig zu haben, in Anführungszeichen, weil sie ja diese Winterschnippchenangebote hat und wo du dann 300, 400, 500 Euro oder so Rabatt bekommen hast, je nachdem, was du so gekauft hast. Ich kann mir vorstellen, dass die dann sowas wieder machen, wenn sie neu rauskommt, irgendwie so Release-Rabatt oder irgendwie sowas, um die unter den Markt zu bringen. Aber man muss ja sagen, die RF-Objektive sind ja schon schweineteuer und dann ist die Kamera halt nicht ganz so teuer und sie verdienen den Objektiven. Dann machen es die andere Hersteller auch. Also wäre sinnvoll, dass die 1DX Mark III so teuer ist. Ja, das verstehe ich auch wiederum, weil die Profis, die das halt brauchen und die da am Empfinden unterwegs sind, die geben wahrscheinlich auch das Geld dafür aus. Wahrscheinlich nicht gern, aber sie werden es halt dafür ausgeben, weil sie das halt für die Arbeit brauchen. Allein schon wahrscheinlich, um in Zukunft konkurrenzfähig zu sein, weil die ganzen Kollegen, die an der Sportbahn neben dir stehen, dieses Modell schon haben und mehr Bilder machen können und die schneller überliefern können. Und wenn du das denn nicht hast, dann bist du hinterher, dann werden nicht deine Bilder genommen, sondern die vom anderen Fotografen. Also die werden aufgerüstet, nehmen wahrscheinlich gar keine Wahl. Die geben auch das Geld aus, aber für die Nutzer, die jetzt normal fotografieren, das heißt die Hochzeiten fotografieren, Landschaften fotografieren, Architektur fotografieren, Porträts fotografieren, Kundenporträts, Privatporträts, wie auch immer, die jetzt aktuell mit einer 5D Mark III, 5D Mark IV oder sowas rumlaufen, ob die jetzt dafür so viel Geld ausgeben, weiß ich nicht. Also ich würde es machen, weil ich es halt auch für den Videobereich brauche, weil ich ja noch eine zweite Kamera habe, die auch 4K aufnehmen kann. Ich habe so die Mischung aus beiden und ich verdiene damit auch Geld, dann passt das ja auch. Aber jetzt so der Hobby-Landschaftsfotograf, ob der so viel Geld dafür ausgibt, ja, mich würde eure Meinung dazu mal interessieren, schreibt die gerne mal unten drunter. Ja, eigentlich wäre es doch schon. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke drücken, würde mich freuen. Würde nicht, dann halt nicht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Mal gucken, was es gibt. Ich muss mal langsam wieder ein Tutorial machen. Also was heißt muss, ich will. Ich habe so lange keinst mehr gemacht. Ich habe tausend Ideen für Tutorials. Kommt ihr nächst eins. Seid gespannt. Na denn? Rinnjau. Rinnjau. Untertitelung des ZDF für funk, 2017